Du musst mir überlegen, was ich heute Abend alles war. Ich war Frau, ich war Mutter, ich war Prostituierte, ich war Tschechin, ich war Russin. Ich meine, ist das nicht alles ein bisschen viel? Was für ein Parshit. Jetzt habe ich den Lehmann an der Back. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, danke. Wir machen ganz schön viel Parshit. Das ist richtig, so heißt unser Programm. Jeder kriegt weniger verdient. Parshit. Jeder kriegt weniger verdient. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir sind hier 30 Jahre verheiratet, es geht bergab, nein, kommen Sie auf unser Programm. Hier können Sie lernen, wie es sich wieder lohnt, von vorne anzufangen. Frisch, frech, wieder einfach. Herzlich willkommen zu unserer Reihe glückliche Menschen. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schau, ich bin da alles. Ja, ich bin da alles. Und ich bin ein Kuhbau aus Bayern. Schau, ich bin auch auf der Suche nach einer Frau. Warum trenne ich mich nicht einfach von diesem Idioten? Wir spielen Paare, wir spielen Singles, wir spielen Bayern, wir spielen... Tschechen. Tschechen, ja, Holländer. Russen. Hessen. Seit drei Jahren bin ich jetzt bei ElitePartner.de. Ja, ja. Pseudonym Nettin Lover. Neulich, da hatte ich eben besondere Fähigkeiten. Kann mit den Achselhöhlen Flipper machen. Unser Programm ist total lustig. So lustig. Das kann ich nicht. Mein Mann ist dabei zu globalisieren. Top oder Flop, sag ich immer nicht wahr. Aber davon versteht halt meine kleine Simone nichts. Was willst du machen? Das ist schade. Treffen sich zwei Freundinnen. Sagt die eine, du Marion, erzählst du deinem Mann eigentlich immer, wenn du einen Orgasmus hattest? Dann sagt sie, oh nee, der mag das gar nicht, wenn ich den tagsüber im Büro anrufe. Sie ist schön und sie hat Geld. Sie reizt kein Geschenk der Welt. Aber eine Sache bringt sie zur Ekstase. Kommt das Weihnachtsfest heran, sagt sie keck zu ihrem Mann. Wenn du das Auto kriegst, will ich ne neue Nase. Das war ja voll heute. Das war der Wahnsinn. Das war saulustig. Oh Mensch, und Sie haben es verpasst. Schade. Aber kommen Sie doch einfach vorbei, wenn wir in Ihrer Stadt spielen. Parshit. Jeder kriegt, wen er verdient. Wenn ich einen giving. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr cool. Ich bin sehr einig. Ich bin sehr nervös. Ich bin sehr geehrtert.